Die Fachkonferenz Teilgebiete, was ist sie? Sie ist eine der Lehren aus der Vergangenheit. Mangelnde Transparenz und Beteiligung führten jahrzehntelang zu harten Konflikten. Beim Atomausstieg war allen Beteiligten klar, die Endlagerung der hochradioaktiven Abfälle kann nur gemeinsam gelingen. Das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung, BASE, lädt alle Interessierten ein, die Endlagersuche mitzugestalten. Die Fachkonferenz wurde intensiv vorbereitet. Im Dialog mit Verbänden, Bürgerinnen und Bürgern, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und Kommunen. Die Fachkonferenz bildet den Auftakt für ein Beteiligungsverfahren noch bevor Entscheidungen getroffen werden. Sie arbeitet eigenverantwortlich, bundesweit und mit verschiedenen Perspektiven unter Berücksichtigung von Fairness. Ein solches offenes Format hat es bei Großprojekten noch nicht gegeben. Was ist das Ziel? Wenn 2022 die letzten Atomkraftwerke abgeschaltet sind, werden rund 1900 Castor-Behälter mit hochradioaktiven Abfällen in den Zwischenlagern stehen. Die Abfälle sollen in tiefen geologischen Schichten dauerhaft sicher entgelagert werden. Das haben Bundestag und Bundesrat mit breiter Mehrheit beschlossen. Dabei soll die Suche nach einem Endlagerstandort ergebnisoffen, wissenschaftsbasiert und unter Beteiligung der Öffentlichkeit stattfinden. Wo stehen wir heute? Am Ende des ersten von mehreren Schritten. Am 28.09.2020 hat die Bundesgesellschaft für Endlagerung, BGE, die die Suche durchführt, einen Zwischenstand ihrer Arbeit veröffentlicht. Nach Aktenlage hat sie auf Basis gesetzlich festgelegter geologischer Kriterien Gebiete identifiziert, die aus ihrer Sicht günstige geologische Eigenschaften für die Endlagerung erwarten lassen. Alle Interessierten können nun den Zwischenstand mit der BGE diskutieren, um verstehen zu können, wie die Ergebnisse zustande gekommen sind. Die Kritiken und Anmerkungen muss die BGE bei der weiteren Arbeit berücksichtigen. Die Fachkonferenz bietet Ihnen so die Möglichkeit, sich in das Thema einarbeiten und mitwirken zu können. Die Fachkonferenz ist ein offenes Forum, bei dem viele und verschiedene Stimmen gleichberechtigt Gehör finden sollen. Der gesetzliche Rahmen ermöglicht, dass die Fachkonferenz ihre Arbeit eigenverantwortlich festlegen kann. Die Aufgabe des BAYs ist es, sie dabei zu unterstützen. Die Fachkonferenz ist eine Chance, sich einzubringen, noch bevor es zu weiteren Festlegungen an konkreten Orten kommt. Was kommt nach der Fachkonferenz? Der gesamte Such- und Beteiligungsprozess besteht aus drei Phasen. Wir befinden uns in der Mitte der ersten Phase. Erst an deren Ende wird die BGE konkrete Regionen vorschlagen, in denen es weitere Untersuchungen geben soll. Dort richtet das BAYs dann Regionalkonferenzen ein. Stellungnahmeverfahren und Erörterungstermine finden statt. Nach Abschluss der Öffentlichkeitsbeteiligung und Prüfung des Vorschlages durch das BAYs entscheidet der Bundestag darüber, wo weiter erkundet wird. Ähnliche Beteiligungsmöglichkeiten gibt es auch in der zweiten und dritten Phase. An deren Ende legt der Bundestag den bestmöglichen Endlagerstandort fest. Die Fachkonferenz ist ein Schritt von mehreren für die Gemeinschaftsaufgabe Endlagersuche. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind.